Und dann zu einem Video zu unseren beiden Leihabgängen. Wir haben zwei Leihabgänge, die beide auch schon in den Gerüchten waren, die jetzt vor kurzem aufkamen. Zwei Leihabgänge an einem Tag. Chronologisch Nummer eins, zeitlich Nummer eins war da heute vom, also vom Announcement her, von der Verkündung her, war Roberto Massimo. Schon lange Abgangskandidat gewesen im Transferfenster, hat sich bei uns nie so richtig durchsetzen können. Gerade mit der Konkurrenz von Silas auf dem Flügel, jetzt auch als Rechtsverteidiger Wagnoman, Chancen eher gering. Hatte mal seine Phase in der vergangenen Saison, wo man dachte, jetzt geht was so. Diese Tore gegen Hoffenheim in Dortmund, dann flacht es aber wieder ab. Nur maximal Einwechselspieler gewesen, nun eben der Wechsel. Düsseldorf war da lange im Gespräch gewesen, also wäre es zurück in die Zwei Jäger gegangen. Doch dann wurde es, ja, ich sage es so wie es ist oder so wie ich es finde, dann wurde es halt völlig random. So, dann kam das Gerücht, die Bild berichtete, Wechsel nach Portugal und da in die zweite Liga zu Academico de Viseo FC. Komplett komisch der Wechsel, in der Liga auch Porto B und Benfica B am Start. Der Verein hat einen Gesamtmarktwert von 4,75 Millionen, da ist Massimo fast halb so viel wert. So, der wird da schon spielen, das Niveau ist aber da halt echt fraglich so. Weil gerade mit diesen zweiten Teams von den politischen Topklubs gibt das so Dritte Liga oder Regionalliga-Vibes. So Freiburg 200 Dritten Liga, wer versteht, was ich meine. Dazu ist der Klub in den letzten zwei Jahren gerade zur Liga geblieben. Das ist halt nicht mal ein Aufstiegskandidat. Die wurden 14. und 15. dabei auch, wie bei uns, 18 Teams in der Liga. Dazu, Beigeschmack auch hier, eine Firma von Dietmar Hopp, ja, der von Hoffenheim, hat die Mehrheit im Klub im letzten August übernommen, also letztes Jahr im August. Und da gibt es wohl auch irgendwie Connections zwischen Berateragentur, wie auch immer, von Massimo und eben Hopp. Da gibt es wohl öfter diese Konstellation, dadurch wahrscheinlich auch in diese Reihe vielleicht reingelabert worden vom Berater, wer weiß. Da wäre nach meiner Meinung die zweite Liga hier oder gar die dritte Liga hier wahrscheinlich besser gewesen, ohne dass natürlich jemals ein Spiel gesehensam in dieser zweiten portugiesischen Liga. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass das Niveau da irgendwie berauschend hoch ist, im Vergleich eben zur zweiten Liga bei uns zum Beispiel. Er kam, nochmal kurz ein paar Facts quasi zu ihm, kam zu 18 zu uns aus Bielefeld, wo er dann auch direkt wieder zurückverliehen wurde als großes deutsches Talent. Nach einem Jahr dann 18, 90 Liga wieder beendet, kam zu uns zur zweiten Saison, 19, 20 zurück im Kader, kommt bei uns wettbewerbsübergreifend auf 52 Spiele, zwei Tore, drei Vorlagen. Letzte Saison waren es 19 Spiele und eben die zwei angesprochenen Tore und null Vorlagen. 21 Jahre alt ist er aktuell, 1,82 groß, vertragt noch bis 2,23, also er müsste dann eine Verlängerung her, um diese Liga zu tun oder diese Liga abschließen zu können. Hauptposition, rechtes Mittelfeld, kann aber auch rechtsaußen oder rechter Verteidiger, verlässt uns mit der Marktwert von 2 Millionen. Wir zahlten damals 2,5 an Bielefeld und ja, vielleicht kann er sich beim neuen Klub besser entwickeln, bei uns nicht so. Zuerst offiziell geworden von portugiesischer Seite aus auf Instagram, dann auch beim VfB. Der Vertrag wurde dann auch, steht beim VfB, dann irgendwie heimlich und leise verlängert. Bisher steht ja der Stand 2023, da stand einfach nur drin, dass sein Vertrag bis zum Juni 2024 gilt. Also Laie natürlich auch möglich, danach noch ein Jahr Restvertrag bei uns. Und Team, wir müssen das, sprich da ganz simpel, einfach von wichtiger Spielpraxis. Da gerne eure Meinung zu dem Abgang, zu dem Transfer zu der Laie in die Kommentare. Nummer 2, Mohamed Sanko. So, und das ist dann doch ein durchaus überraschender Transfer, würde ich sagen. Also Sanko geht diese Saison nicht für uns auf Torejagd. Das hat zuerst die SCN exklusiv berichtet, Laie in Niederlande, genauer noch zu Vitesse Arnheim für ein Jahr. Von der Kaufoption ist nicht die Rede, so auch bei TBD, so auch bei Massimo. Ist 18 Jahre alt, 1,83 groß, Mittelstürmer, selbst auch Niederländer, wissen wir ja. Ja, kam zu 20 als Riesentalent von Stoke City zu uns in die Jugendabteilung. Vertraglich eine Ein-Jahr-Leihe, kein Problem, weil da läuft der Vertrag noch besonders um 26. Seit Juli sind ja die Leihregeln geändert worden, hier mal kurz am Rande. Man kann nur für maximal ein Jahr ausleihen und eben auch nur beschränkt viele Spieler. Er kommt bei uns auf zwei Bundesliga-Einsätze, einer 2021 und einer in der letzten Saison. War in der Vorbereitung eben auf die letzte Saison richtig am Kommen, dann eben viert. Erster Spieltag, dieser Sprint vor der Kurve, zusammengerasselt mit dem Keeper, diese extreme Verletzung, gesamte Saison raus. Vitesse Arnheim jetzt als aufnehmender Klub, als Leihverein, auf jeden Fall nicht schlecht. Wird von vielen Klubs als Leihverein gewählt. Das sind, glaube ich, einige Spieler auch schon von Chelsea und sowas dahin ausliegen worden und sowas. Also hat für mich zumindest dieses Leihverein-Image inne. Sanko ist ja, wie gesagt, auch selbst Niederländer, Trainer dort vor Ort bei Vitesse ist Deutscher. Letzte Saison sind sie Sechster geworden, spielen also auf jeden Fall eine Rolle in der Liga. Interessant ist da, die spielen da von Platz 5 bis Platz 8 in den Playoffs um die Conference League, also um die Qualifikationsrunde zur Conference League. Vitesse da ja als Sechster dabei gewesen, aber im Playoff-Finale gegen AZ Alkma verloren. Also der Klub und Sanko haben Ambition, das passt zusammen. Klingt hier deutlich sinnvoller als die Leihverein Massimo, gerade vom Niveau auch. Trotzdem glaube ich, dass sich der VfB dabei bei einigen Fans nicht unbedingt beliebt macht damit. Viele feiern Sanko einfach und wollten ihn eben bei uns sehen. Nach der Vorbereitung, nach der Verletzung, wollten ihn bei uns in der Bundesliga sehen. Ist jetzt nach TBD der nächste Jugendspieler, der per Laie jetzt weg ist? Hier muss man sagen, dass dem Anschein nach wohl Casanaras am weitesten ist, wenn man sich auch die Testspiele anschaut. Da war er so ein bisschen in der Pole-Position. Das wäre dann auch wieder als Gegenbeispiel einer aus der Jugend, der Einsätze bekommt oder vielleicht Einsätze bekommt. Mal gucken, wie es wirklich läuft wird in der Bundesliga-Saison. Dann Sanko hätte wohl laut Berichten auch nicht so die Aussicht auf riesig viele Einsätze gehabt. So ist es halt nach der Verletzung. Sehr schade in der Gesamtsituation, aber hier Missentat aus einem offiziellen Statement lobt seine Energie und Disziplin seit seinem Comeback. Der bringt alles mit, um auf Sicht ein wichtiger Bestandteil des Profikars zu sein. Sehe ich genauso. Die Laie wird ihm guttun, dann warten wir eben auf Sanko. Dann gibt es eben Sanko-Season erst in einem Jahr und nicht schon diese Saison. Der Junge kann sowas von durchstarten bei uns. Gerne auch eure Meinung in die Kommentare zu dieser Laie. Damit haben wir die beiden Dinge abgehakt und unser Kader, ja, der wird kleiner. So wie es ja auch gewollt ist, der Kader soll ja ein bisschen verringert werden in der Breite. Wie gesagt, gerne eure Meinung zu den Leih-Transfers in die Kommentare. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.